Hallo und herzlich Willkommen zur 336. Ausgabe der Rapid Viertelstunde auf W24. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Das hat sehr gut getan. Wir stehen in der nächsten Runde der UEFA Europa Conference League nach dem Aufstieg in Debrecen am Donnerstag. Und jetzt heißt der nächste Gegner Fiorentina aus Italien. Wir freuen uns drauf und wir freuen uns auf die Themen der heutigen Sendung. Martin Maier, der neue Athletiktrainer von Rapid. Nicolas Kühn mit dem Flügelzangler im Wiener Prata. Und Geschichten aus Hütteldorf über das Legendenteam. Einige unserer Spieler nennen ihn Schleifer. Für viele eine Beleidigung, für ihn aber ein Kompliment. Die Rede ist von Martin Maier, Sportwissenschaftler und seit Sommer Athletiktrainer des SK Rapid. Und wir haben den 55-Jährigen zum Interview gebeten. Mein Name ist Martin Maier. Ja, ich bin als Athletik-Coach da. Und meine Aufgabe ist, dass man schaut, alle konditionellen Trainings und auch die Trainingssteuerung, dass man das so richtet, dass die Burschen immer auf einem Top-Level sind. Und auch individuell das so steuert mit den einzelnen Spielern, dass sie, wenn sie Verletzungen haben oder wenn sie Defizite haben, das dort noch besser werden. Speziell in der Kraftkammer, da kann ich schon kurz drauf eingehen, da schaue ich, dass wir vor allem Richtung Kraft sehr viel individuell machen, was wer braucht. Auch mit sehr viel Eigengewicht, das man macht, also jetzt nicht mit extremsten Zusatzgewichten belastet. Und meine Trainingsphilosophie ist auch, dass man versuchen muss, gerade im Spielsport alle Bewegungen möglichst schnell und natürlich korrekt auszuführen. Man merkt, das Training muss schon ein bisschen härter. Aufwärmen ist ganz anders. Also sowas habe ich noch nie gehabt, aber es ist sehr interessant und ich glaube, man merkt, das funktioniert gut. Das ist sicher meine härteste Vorbereitung bis jetzt gewesen in meiner Karriere. Er trainiert sehr viel mit uns. Wir trainieren sehr hart mit ihm. Aber ja, ich glaube, in den ersten Saisonspiele hat man es gesehen, dass wir vor allem auch hinten raus körperlich in einem richtig guten Zustand sind. Das ist jetzt nicht nur das praktische Training, das zum Umsetzen gilt, sondern auch die ganze, wenn man so will, Philosophie oder was dahinter steht, dass das auch die Leute glauben und sehen, dass das zum Erfolg führt. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Aufgabe. Also nicht nur die praktische Trainingsumsetzung, sondern auch, dass man sieht, weil beim Training geht es nicht so schnell, da trainiere ich nicht am Tag und bin am nächsten Tag super. Das ist ja ein längerer Prozess, sondern dass die ja wirklich alle an den Prozess glauben, dass das funktioniert. Und dann kann man halt, egal wo, immer auch super Leistungen bringen. Hat er einen Spitznamen bekommen schon von euch? Also wir sagen zu einem Schleifer. In Italien war es Sergeant, Terminator habe ich auch schon gehabt. Also es sind eher... Ist das ein Koppel? Ich denke, ehrlich, einen Spitznamen, den musst du dir erarbeiten. Ich habe Sportwissenschaften studiert, habe früher aktiv militärischen Fünfkampf gemacht, war da sechsmal bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, auch Medaillen und Titeln gewonnen. War eine tolle Zeit und bin dann zum Fußball gekommen, in der Frankstrainer Fußballnachwuchsakademie. Und dann über Austria Wien mit Nena Pielica bin ich dann nach Italien gegangen, dann zu Lechbosen. Und dann natürlich bei Dinamo Zagreb waren es zwei Meistertitel. Wir haben in der Euroleague unbesiegt, ungeschlagen das 16. Finale erreicht. Und sind dann auch in der Champions League wirklich toll gespielt, haben fünf Punkte gemacht und sind dann aufgrund des Torverhältnisses leider ausgeschieden. Also das waren schon die Highlights und auch mit Ossiek, das muss ich auch sagen, sind wir Zweiter geworden, haben wir einen Punkte-Rekord gemacht mit Nenak Pellica und René Poms. Also da waren schon ein paar tolle Sachen dabei. Ja, ein guter Tag ist, wenn nicht nur ich, sondern auch die ganze Mannschaft und das ganze Trainerteam denke, nach dem Training sagen können, okay, das war ein erfolgreicher Tag, wir haben unsere Ziele umsetzen können. Beim Spielen natürlich sowieso, wir trainieren ja hin für die Spiele und wenn wir erfolgreich werden. Ja, dass man auch nach der aktiven Fußballerkarriere immer noch eine gute Figur am Ball machen kann, das stellt unser SK Rapid Legenden Team des Öfteren unter Beweis. Wer da mitspielt, wie oft sie spielen oder wann sie das nächste Mal spielen, das erzählt uns heute Andi Marek in einer weiteren Geschichte aus Hütteldorf. Geschichten aus Hütteldorf. Hallo, da bin ich wieder mit einer Geschichte aus Hütteldorf. Die heutige Geschichte handelt vom Rapid Legenden Team. Da werden einige jetzt sagen, da gibt es ein Team auch. Ich kenne die Rapid Legenden, aber gibt es da ein Team? Jawohl, es gibt ein sehr schlagkräftiges Team, das geleitet wird von Florian Sturm. Er ist so quasi der Mann, der die Spieler immer zusammenholt, wenn es heißt Rapid Legenden Team im Einsatz. Und das war in diesem Jahr schon sehr oft. Ich durfte sehr oft auch moderieren und das macht mir sehr viel Spaß. Und ich glaube auch den Leuten, wenn wir in verschiedene Orte kommen und ich dann die Spieler einzeln vorstelle. Und wer spielt denn da mit? Es ist ein sehr schlagkräftiges Team. Ich nenne nur einige. Zum Beispiel im Tor der Raimund Hedl, manches Mal der Helge Peier. In der Verteidigung ist der Andi Tober, der Pepe Walachowitsch, der Jürgen Battocker, der Michi Hatz, um nur einige zu nennen. Dann mit dabei Stefan Kulowitsch, der Thomas Zingler, natürlich der Steffen Hoffmann und im Sturm sind wir überhaupt ganz stark. Da sind mit dabei der Jimmy Hoffer, der Ümit Korkmaz, dann haben wir ganz vorne den Marek Kinzel, den René Wagner, den Christian Keglewitz. Jetzt vergesse ich sicher auf einige. Also eine super Mannschaft und wenn jemand jetzt sagt, die würde ich gerne mal sehen. Zum Beispiel am 2. September sind wir im Neufeld an der Leiter. Da gibt es auch ein Spiel, da tritt man meistens gegen Senioren oder gegen, sagen wir mal, nicht mehr ganz so junge Spieler an. Und ja, in diesem Jahr glaube ich, wurde alles gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Also wer Zeit hat, einmal vorbeischauen. Es macht sehr viel Spaß und es gibt ein super Legenden-Team von Rapid. Für Nikolas Kühn hat die neue Heimspiel-Saison sehr gut begonnen. Gleich im ersten Duell mit Altach schnürte er einen Doppelpack und lieferte auch ein Assist. Aus diesem Grund haben wir unsere Nummer 10 vergangene Woche beim Greeny-Tag im Wiener Prater begleitet. Spätestens mit seinem Doppelpack gegen Altach im ersten Heimspiel der Saison hat sich Nikolas Kühn in die Herzen der Grün-Weißen geschossen. Heute ist der Flügelspiele des SK Rapid in den Wiener Prater gekommen, um den Rapid-Anhängern ihre Autogramm und Fotowünsche zu erfüllen. Wird schön. Karte? Würdest du den Schal auf? Ja. Das wäre super. Unsere Fans sind super, ganz klar die Besten in Österreich. Und ich freue mich natürlich jedes Mal vor ihnen spielen zu können und auch jetzt wie heute eine Autogrammstunde zu machen. Nach der erfolgreichen ersten Auflage des Rapid-Tages im Wiener Prater im vergangenen Jahr gibt es auch heuer für Greenys Gutscheine für ermäßigte Fahrten. Das schönste Erlebnis ist aber mit der Nummer 10 auf Tuchfühlung zu gehen. Nikolas Kühn ist jetzt bei uns, nimmt sich gerne Zeit für euch. Jetzt einfach hier zu uns kommen und sich die Autogramme holt. Gerne wie gesagt auf Fotos mit unserer Nummer 10. Nikolas? Ja, er ist sehr cool. Cooler Fußballer. Cooler, sehr cooler Fußballer. Und ich bin stolz auf ihn, dass er endlich mal zeigt, was er kann. Viel zuletzt gegen Alltag. Ja, natürlich für mich ein super Gefühl. Ich weiß, dass ich auch noch das dritte oder vierte hätte machen können oder sogar müssen. Und daran arbeite ich. Und ja. Er ist einfach ein leibender Typ. Er ist echt ein super begnadeter Fußballer. Und ich hoffe, dass er seine Leistungen in Zukunft noch verbessern wird. Ja, ich habe jetzt über die Ferien viel an meinem Oberschenkel gearbeitet. Da gab es einige Probleme letztes Jahr. Und die habe ich momentan im Griff. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch auf dem Platz wieder. Bereits mit 14 ist der Linksfuß, der in der Nähe von Hannover am 01.01.2000 das Licht der Welt erblickt hat, von zu Hause ausgezogen, um sein Fußballtalent unter Beweis zu stellen. Unter anderem in den zweiten Mannschaften von Ajax oder Bayern München. Nach einer Laie an den deutschen Zweitligisten Erzgebirge Aue scheint der Offensivmann mit der feinen Klinge, der auch im Urlaub mal gerne trainiert, endgültig in Wien angekommen zu sein. Servus. Alles gut? Foto? Komm her. Ja, es ist einfach eine super Stadt. Ich glaube, meine letzte Station war Aue. War sehr viel kleiner als Wien. Ich fühle mich ganz wohl in den Großstädten. Und ja, hier ist es sehr schön. Hier hat man alles. Du kannst ruhig ecken, aber auch so wie zum Beispiel hier im Prater ein bisschen was Aufregenderes. Und ja, von daher, Wien ist super. Bist du eher der Dagada-Typ oder der Riesenradfahrer? Der was? Was nochmal das Erste? Dagada oder Riesenrad? Ich glaube da eher Riesenrad. Äh, Riesenrad. Dagada. Riesenrad. Was glaubst du? Riesenrad. Riesenrad oder Dagada? Dann eher Riesenrad. Hauptsache, es läuft rund für Nicolas Kühn in seiner zweiten Saison bei Rapid, damit der 23-Jährige auch weiterhin vielen Fans Freude bereiten kann. Ja, das war sie schon wieder. Die Rapid-Viertelstunde auf W24. Jetzt noch die Hinweise. Am kommenden Sonntag sind wir beim Aufsteiger in Linz zu Gast. Blau-Weiß-Linz gegen Rapid. Besonderes Duell natürlich auch für die beiden Ex-Linzer Matthias Seidel und Fali Majulu. Und nächsten Donnerstag, liebe Rapid-Fans, alle nach Hütteldorf. Conference-League-Playoff-Hinspiel Rapid gegen Fiorentina. Und nächsten Freitag sehen wir uns dann wieder in der nächsten Ausgabe der Rapid-Viertelstunde auf W24. Danke fürs Zuschauen, sagt Lukas Marek.